Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Be Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich muss manchmal immer ein bisschen lachen, so zu Anfang, so dieses in die Kamera gucken und Hallo, ich bin's, Hallo. Ja, ich bin heute mal auf einem Mobile Device mal wieder unterwegs, denn ich bin ja auch ein bisschen Technik verliebt. Und was so ein bisschen Aufnehmen angeht, wie kannst du was schneiden, wie kannst du was machen, also nur im kleinen Stil, nichts Wildes. Ihr seht ja, meine Videos haben immer relativ wenig Schnitte, wenig Schnickschnack, weiß der Geier, also alles im normalen Bereich. Aber ab und zu nehme ich auch mal wieder am Handy auf und heute habe ich mal wieder mein S7 hier bemüht. Das habe ich leider geroutet, ich bin auch ein bisschen doof, muss ich sagen. Das habe ich geroutet, damit ich bei dieser Software hier auch das Audio oder den Audioton mit übertragen bekomme. Da gibt es dann nochmal so ein kleines Plugin, aber es funktioniert manchmal, es funktioniert manchmal nicht, aber ich lasse ja jetzt schon mal öfter. Da mixe ich euch ein bisschen Musik rein, der Game Sound ist auch nicht so interessant. Also viele spielen immer ohne Game Sound, aber die Software hier Screen, Stream Mirroring, ich bekomme da kein Geld für, ist auch keine Werbung oder sonstiges, bekommt das Zeichen Pro, wenn ihr diese kleine App kauft und die muss man nicht kaufen. Ich habe sie tatsächlich nur gekauft, sie hat so ein paar kleinere Vorteile, wenn man sie dann erwirbt. Nämlich du kannst in 1080p aufnehmen, die nicht pro Software schafft 27 nur, aber du hast halt die Möglichkeiten per USB aufzunehmen. Uhrzeit übrigens unabhängig, 20.34 sehe ich gerade. Aber so bekomme ich das in meiner Aufnahmesoftware ab und zu. Fragen ja mal Leute, wie kriegst du denn das da hin, dass du ein Tablet mit rein bekommst oder auch mal ein Handy. Also heute bin ich mal auf dem Mobile Device, ich habe auch Clash of Streams hier im Hintergrund schon gestartet. Und immer wenn ich jetzt so ein bisschen klicke, dann hat man auch immer so ein ganz, ganz kleines Delay. Das liegt natürlich daran, ich habe die Settings relativ optimiert, dass das Ganze jetzt über das Wireless LAN übertragen wird in meine Aufnahmesoftware. Ja, und so können wir ein bisschen clashen. Also ich bin heute mal auf den Zweisocken und es ging ja um das Thema, wen greife ich eigentlich an? Ja, wen greife ich eigentlich an? Hier in dem Clan ist es ganz klar geregelt. Ich war jetzt schon länger nicht hier, ich habe so ein bisschen Pass gespielt, das seht ihr hier, glaube ich. Und denn 380 Punkte, die kommen nicht von irgendwo her, ist aber nicht wirklich viel. Das heißt, ich war hier eher selten auf dem Dorf und mache hier im Moment nur Minus Sammler, weil mir einfach auch Gold und Elex fehlt, um hier die etwas größeren Sachen zu machen. Aber hier ist es ganz klar geregelt, wen man angreift. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Clans ist, ob das da auch geregelt ist, wer wen angreift. Gibt es eine Regelung, erster Angriff, sieben tiefer und so weiter. Hier ist das ganz klar geregelt. Zur Info, also die Clan-Leaderin hier ist immer aggro. Die ist immer aggro und die ist auch nicht jünger als ich, will ich mal so sagen. So ein bisschen schon, aber nicht wirklich viel. Zur Info an alle, wer seine Angriffe nicht macht, muss leider den Clan verlassen. Okay, muss leider den Clan verlassen. Das schreibt ihr in jeder zweiten Mail hier. Ja, Achtung, Liga aufgepasst, Heilsonntag, Liga regeln. Alle anderen absprechen immer so in dieser Großschrift. In Rollenspielen heißt es immer, wer großschreibt, schreit rum. Und das macht ihr hier ohne Ende. Aber naja, ich bin ja schon ein bisschen länger im Clan und so zum Größerwerden passt das. Ich werde hier mitgenommen, nicht in der Liga, sondern eher in den Clan kriegen. Und hier ist es also genau geregelt. Der erste Angriff, achso, das sah man jetzt, glaube ich, in irgendeiner. Bitte Clanbook. Erster Angriff gegenüber. Zweiter Angriff nach Absprache. Zum Ende des Krieges. Viel Erfolg. Okay. Wir gucken mal, wen wir eigentlich angreifen müssen. Ich bin Nummer 27 hier, der zwei Socken. Und muss hier die 27 angreifen. Drei Stunden geht diese Folge jetzt nicht. Aber man kann sich ja mal ein bisschen vorbereiten darauf. Man kann sich ein bisschen vorbereiten. Und wir gucken mal rein, wie stark der denn so ist. Das ist schon ein nettes Rathaus 8, würde ich mal so sagen. Und ich bin noch nicht so stark mit dem zwei Socken, als dass ich sagen kann, das ist ja auch nicht die, das ist ja jetzt noch die Farm Base. Die CK Base sehe ich ja erst in drei Stunden. Das ist auch mal sehr witzig, dass Leute sich eine Base markieren, deren Base das gar nicht ist. Aber was mir auffällt, um nochmal auf diese App zurück zu kommen, die Farben kommen hier immer besser durch. Also auch an den Apps wird gearbeitet, denn das war mal richtig helles Grün hier. Also hier um den Elixier-Kollektor, das Grün da oben, das war mal richtig grün. Das ist eigentlich bei mir im Handy, ist das so ein bisschen bräunlich. Aber der Rand hier ist schon nett braun. Das ist im Handy immer noch ein kleines Stück dünkler. Das könnte ich jetzt ein bisschen pimpen noch über die Filter. Aber ich glaube, wir können das ruhig original lassen. Ich glaube, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Aber das ist ein Maxed Out Rathaus 8. Und ja, ist gut ausgebaut. King of 10. Können wir was machen. Ich habe allerdings nur 3er Drachen und erst ein 2er Goalie. Ich habe aber schon die Hoggys hier. Die Hoggys habe ich schon mal auf 3. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Das ist nicht ganz so schlecht. Den King habe ich mittlerweile auch auf 10. Ich glaube, das Einfachste in Clash of Clans ist, den King of Rathaus 8 von 5 auf 10 zu ziehen. Ist einfach so. A kostet nicht viel und B dauert es auch nicht lange. Ich habe die Hoggweiler jetzt auf 3. Ich würde sagen, wir nehmen die mal auf 4 mit. Ich habe ja genug Dunkles durch, ich wollte gerade sagen, durch Liga. Ich habe ja gar keine Liga gespielt. Aber so ein bisschen durch den Pass. Und da ich noch so ein Schwertchen habe und ich glaube, die Schweinereiter liegen mir ja auch immer sehr am Herzen, nehmen wir die auch gleich fertig. Dann können wir damit nämlich ein bisschen üben. Jetzt habe ich zwar nichts mehr, was ich forschen kann. Und ich habe auch nichts mehr hier in der Timeline, glaube ich. Ne, kann das sein? Ah, so ein bisschen habe ich noch. Ja, 5. Aber das war es dann auch. Ich habe ja auch noch nicht wirklich viel gemacht. Aber ich habe, glaube ich, noch eine Rune hier. Ah, ne, die Rune habe ich nicht. Die Rune habe ich dafür benutzt, um die Schweine hier so ein bisschen weiter zu leveln. Das war es. Das war es. Also sehen wir mal zu, dass wir hier so ein bisschen was machen. Und während wir hier so ein bisschen fahren, würde ich mal so sagen, nehmen wir gleich auch ruhig mal die Schweine mit. Kann ja nicht verkehrt sein. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt an Aufgaben da machen müssen, für den Pass, um da so ein bisschen weiter zu kommen. Aber 2.123. Und der hat so eine ähnliche CK-Bel, wie ich sie habe. Sieht schon ganz nett aus. Aber ich habe auch keine Hockeys dabei. Okay, ich habe auch keine Hockeys dabei. Ich habe, glaube ich, noch die alte Event-Armee dabei. Und die besteht noch so ein bisschen aus ein paar Riesen. Aber meine Packies auf 3, so schlecht sind die jetzt nicht. King ist auf 10, das ist echt gut. Kann ich euch sagen, so ein King auf 10, der macht richtig Schaden. Und weiter geht er ja erstmal nicht. Mit dem muss ich ja jetzt relativ lange, lange erstmal auskommen. Gegnerische King ist schon mal Geschichte, okay. Und dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, so ein bisschen die Zaubergeschick zu setzen hier, dass die Packers und die Riesen hier durchkommen. Die werden sicherlich da durchkommen. Dann heilen wir die da mal durch. Und haben wir oben denn eigentlich auch noch einen Packer. Ich kann ja, also gerade bei den Mobile Devices gehe ich immer ganz gerne ein bisschen näher ran. Um da mal genau zu sehen, was passiert hier eigentlich. Wir nehmen die mal in Wut. Und hier nochmal den Wut für den einen Packer. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann kommt er hier nochmal durch die Mauer durch. Wir haben noch ein bisschen Clean-Up hier außen. Da die da die Kanone vergessen haben, nehmen wir da oben schon mal einen Lakaien. Hier unten nehmen wir auch einen Laki. Nämlich auch wieder für die Kanone. Denn der Rest wird uns dort etwas wegsterben. Den können wir da aber noch so nehmen. Und passt mal auf, wir nehmen jetzt den einen Magier da. Denn mein King wird jetzt glaube ich schon das zeitliche Segen. Aber wir nehmen gleich in jedem Fall mal die Hox. So ein bisschen zum Üben auf Rathaus 8. Bei den Rathausstufen 6, 7 oder 5, 6, 7, 8 oder ab 4 kannst du ja glaube ich Klangkriege spielen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das noch immer noch so gewollt ist, dass man das zeigt oder so. Ich denke mal so ab 8 ist ganz gut. Und im Moment ist es ja nicht mein einziger Rathaus 8er. Das kann ich euch sagen, aber es ist mein einziger Rathaus 8er, der im Moment schon relativ weit ist mit dem Dorf. Das habe ich so ein bisschen abseits von euch aus den Folgen in letzter Zeit nicht mehr so wirklich mitverfolgt. Aber den haben wir schon mal ganz gut gemacht. Yes. Okay, den haben wir ganz gut gemacht. Und deswegen nehmen wir jetzt als nächste oder übernächste Armee. Ich baue mal eine andere Armee nach. Ah ja, okay. Hier habe ich meine Lieblinge. Dann nehmen wir mal hier so eine typische Armee, die ich eigentlich immer nehme, wenn ich Hockreider nehme. Ich nehme meistens ein Golem, eine Walküre. Die habe ich auch noch nicht so hoch. Ich muss hier etwas mehr an Magier mitnehmen, weil mir natürlich so eine Queen fehlt. Ich habe zwar Gift und so weiter, aber so wirklich viel ist das nicht. Fünf Maulbrecher, dass wir so ein bisschen reinkommen in das ganze Getümmel. Und die Anzahl der Hocks variiert bei mir immer so ein bisschen. Ich nehme noch ein wenig Cleanup mit. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Machen wir, glaube ich, ruhig mal so. Den Gift können wir noch nehmen. Und da streiten sich jetzt die Geister. Nimmst du jetzt drei Heilzauber oder nimmst du vielleicht auch einen Wut mit und versuchst erstmal mit deinem kleinen Killscott weit in die Base zu kommen. Ich nehme ruhig den Wut mit der Walküre da drin und nehme mal zwei Heil mit. Den Gift haben wir noch. Müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Aber ich würde sagen, wir lassen kurz mal den Dicken hier auch recken. Zwölf Minuten. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin echt zufrieden mit der Aufnahme, muss ich sagen. Könnte ich eigentlich öfter machen. Ich muss dann halt nur die Brille tauschen, weil mit meiner anderen Brille kann ich halt dieses kleine Display nicht sehen. Und damit ihr das mal seht, wie ich das eigentlich so habe. Ich habe das hier auf so einem kleinen Ständer. Da ist eigentlich immer mein Tablet drin. Und das habe ich mir ein bisschen erhöht hier hingebaut, dass es nicht so weit weg ist. Dass ich jetzt nicht immer so nach ganz, ganz weit unten gucken muss. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und deswegen machen wir einen kurzen Cut und dann machen wir noch ein paar Angriffe. Okay Leute, Armee steht. Also wir haben die Hawkrider hier am Start. Wir gehen mal in die Suche rein. Und mal gucken. Oh, ich habe die falsche Brille auf sich gerade. Entschuldigt bitte. Endlich sehe ich. Endlich sehe ich was. Das fällt mir mal sofort auf, wenn ich nicht die richtige Brille auf habe für solche Aufnahmen hier. Denn dann ist alles ganz, ganz verschwommen. Nicht ganz so schlimm. So schlimm ist es auch nicht. Also ich habe mich auch wieder am Wochenende im Stream erwischt, dass ich auf dem Tablet eigentlich ganz, ganz gut noch gucken kann. Alter, 500.000. Okay, 500.000 und die Base ist auch schon nett. Aber sie ist abgefarmt. Eigentlich hat man jetzt nicht die richtige Situation hier, um so CK-Situationen zu schaffen. Aber ich glaube, den nehmen wir mal mit. Ich würde sagen, wir gehen hier über den King. Das heißt, wir nehmen die King-Platte mit. Wir nehmen den Bombentum schon mal mit. Und was habe ich in der Clanburg? Oh, ich habe Bohler in der Clanburg. Das ist natürlich perfekt. Perfekt. Und, denn wir wollen ja so ein bisschen unser Hockse ausprobieren, ob das mit der Walküre auch ganz gut klappt. Der Funnel muss dann in jedem Fall hinhauen. Da und da müssen die beiden Kasernen weg, dass meine Truppen nicht weiter außen rum rennen. Meine Mauerbrächer sind so ein bisschen über. Denn ihr seht das hier. Da ist frei. Okay, der kann also auf jeden Fall weiter zum Feger gehen, mein Golem, wenn er denn was überlebt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir nehmen hier hinten den Golem ganz auf Ecke. Nicht, dass da irgendeine Überraschung auf uns wartet oder sowas. Und gehen hier. Ja, ich habe jetzt elf. Ich weiß, ich habe jetzt ziemlich viele von den Magiern mit. Aber sie sind auch erst auf vier. Das seht ihr jetzt gerade. Und das ist jetzt nicht so ultra hoch. Und guck mal, wie weit die Mauerbrächer gehen. Habt ihr das gesehen? Alter Falter sind die weit gegangen. Donnerwetter, die sind mal richtig weit gegangen. So, die Walküre ist schon, ist glaube ich schon Geschichte. Aber mein Golem auf eins hält gar nicht mal so schlecht. Und der Nerv ist ja noch nicht da. Denn der Golem wird ja genervt. Also so ein bisschen bekommt er hier und da Healpoints weniger, da Healpoints mehr. Eine Sparte bleibt auch so. Und, boah, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. 20 Hox habe ich jetzt noch dabei. King ist noch am Leben. Und ich würde sagen, wir zünden das jetzt. Und gehen jetzt mal hier so ein bisschen Surgical mit unseren Hox rein. Surgical heißt, dass ich immer so ein paar Hox, drei, vier Hox pro Defensive immer weiter hier in die Base rein schicke. Mein King ist jetzt auch schon weg. Und jetzt habe ich noch fünf Stück. Das ist nicht wirklich viel. Ich muss hier in jedem Fall hier heilen. Denn zweimal Flächenschaden hier bei dem Magertürm ist natürlich heavy. Und Cleanup darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe jetzt allerdings auch gar keinen, ich sehe es jetzt gerade, ich habe gar keinen Heilzauber mehr. In der Mitte ist noch der Hockrider und noch eine Kanone. Also, ein bisschen Üben ist sicherlich drin. Ich habe jetzt den Heilzauber bzw. die Giftzauber nicht nehmen müssen. Na, ist nicht so schlimm. Zumindest habe ich heute kein Clickbait betrieben, Leute. Habe ich auch am Montag nicht gemacht. Also, wer am Montag geglaubt hat, dass mein Kanal hier am Ende ist, der lag ganz, ganz falsch. Wenn ich Clickbait betreibe, a la, ihr wisst schon wer, dann sieht das ganz anders aus. Ja, dann habe ich ein Thema im Thumbnail und die letzten 20 Sekunden komme ich dann darauf zurück. Das mache ich, glaube ich, nie. Ich glaube, ich komme immer zum Anfang des Videos eigentlich auf das eigentliche Thema, was wir machen wollen. Und nie irgendwo am Ende, dass ihr zehn Minuten eine Folge gucken müsst. Und in den letzten 30 Sekunden komme ich dann zum Thema, was auch im Thumbnail steht. Ich glaube, so war das nicht. Und deswegen, glaube ich, war der Clickbait nicht so schlimm. Fand, ich fand es aber, ich fand es ganz gut, dass ihr das so aufgefasst habt teilweise. Aber es sollte in keinster Weise so sein. Hat mal wieder so ein paar Hater angelockt. Aber ist nicht so schlimm. Okay, oh, Sternbonus haben wir hier mit drin. Wir bauen die nochmal Quickie nach hier. Und ich habe jetzt eine etwas abgewandelte Armee dabei. Ich habe jetzt 15 Hox und zwei Golem mal dabei. Also auch da müsst ihr mal sehen, gerade im Rathaus 8 Bereich geht es sicherlich viel. Ich fordere hier nochmal an und zwar Pekka oder Riesen. Was meint er Pekka? Pekka. Wir versuchen mal einen Pekka zu bekommen. Pekka kann meine Autokorrektur schon. Und wir nehmen nochmal ein Gift. Aber ich glaube, ein Gift hatten wir sowieso noch. Ja, den haben wir noch drin. Auf zwei. Okay, da geht natürlich ein bisschen mehr im Clan. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Wir überbrücken eben mal die Zeit, ein bisschen umzuquatschen und hier kurz anzugreifen. Denn das ist so ein bisschen so. So sieht auch mein Alltag hier aus. Immer mal gerade in die Dörfer rein. Checken Pass und so weiter. Checken Falle. Okay, da ist schon mal eine Riesenfalle, die wir ausgelöst haben. Hier ist bestimmt eine Sprungfalle oder mehrere. Ah, ne, tatsächlich mal nicht. Oh, nicht schlecht. Den großen hinnehmen wir aber mit. Und die beiden hier vor Kopf auch. Ähm, denn die geben schon mal so ein paar Prozent. Den Crusher werde ich sowieso nie schaffen. Aber es geht ja hier beim Pass immer nur um den einen Stern. Den mache ich hier mal ein bisschen zügiger mit dem hier. Das sieht aber bisher ganz gut aus. Auch wenn er da, der müsste in etwa auf Augenhöhe mit meiner Base sein. Was so die Stärke angeht, hat noch keinen Minenwerfer. Habe ich nämlich auch noch nicht. Und, ähm, ja, das sieht ganz gut aus. 57 Prozent ist halt Pass. Ist halt ein bisschen Passspiegel. Muss ich auch an den Tag legen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der Abstand zum Mikro eigentlich ganz gut ist, wenn ich hier hin oder nach, nach, nach unten schaue. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich auch mal schnell dann übersteuere. Also die Punkte haben wir ja auch schon mal drin. Und dann sind wir hier auch ein ganz kleines Stück weiter. Wo geht es hin? Hier zur Research, also zur Forschungspotion. Na ja gut, kann man, kann man vielleicht mitnehmen. Ähm, aber hier muss ich noch ein bisschen was forschen. Ihr wisst, auch im Nachtdorf bin ich nicht so der Ultrarascher. Und, ähm, kurzer Katz, kurzer Reck. Dann machen wir hier weiter. Mit Rathaus 8. Oh, oh mein Goodness. Alter, was ein Luthier. Da reibe ich mir mal gerne die Hände, muss ich mal so sagen. Und, ähm, ihr habt es ja eben schon mitbekommen. Ich nehme jetzt keinen Trank oder sowas. Das mache ich hier beim Farmen nie. Sondern dann, wenn, dann schon eher in den CKs. Aber das ist, das ist mal echt nett. Meine Herren. Fast eine Million Gold. Und ich muss jetzt nur mal sehen, wie wir den mitnehmen können. Ice Queen ist sicherlich abgefarmt, beziehungsweise nicht abgefarmt, sondern hat vermutlich keine Clan Buche. Oder wir wollen mal hoffen, dass er keinen hat. Dann gehen wir mal den King mal wieder entgegen. Und, äh, mal sehen. Denn die Gulems gehen ja auf defensive Gebäude. Das heißt also einmal dorthin und einmal dorthin. Ja, so sieht das ganz gut aus. Und dann nehmen wir hier, oh, Trolltesla. Okay, Trolltesla auf 3. Da nehmen wir die Mauerbrecher hin. Kommt Mauerbrecher noch eine Mauer vielleicht. Jawohl, die schaffen noch eine Mauer. Wunderbar. Und wir nehmen hier unseren Clanburg-Pekka mit rein. Nehmen wir vielleicht noch ein, zwei von denen hier. Oh, nein. Ich habe hier 100.000 Gift. Ah, da habe ich wieder nicht hingeguckt. Naja, okay, da müssen wir jetzt, ähm, da müssen wir jetzt, ähm, improvisieren. Improvisieren, so heißt das ja. Ja, und haben jetzt, äh, viel Gift dabei. Vielleicht hat er ja noch ein paar Pfeilen, dass wir noch ein paar Skelette weggiften können. Ähm, ich glaube hier außen nehmen wir mal den hier. Und wir kommen mal von der Seite. Ich glaube wir kommen mal von, wir kommen mal von der Seite mit unseren paar Hocks hier rein. Auch das ist da nicht ganz so stark, sehe ich gerade. Und, ähm, der ist schon Geschichte. Wer tankt denn jetzt eigentlich noch für mich hier? Okay, ich muss aber hier jetzt trotzdem mal den Halshauber nehmen. Denn da war schon ein ziemlich starker... Magerturm, Magerturm, so hieß es. Oh, jo, 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 eine Bombe noch da. Da können wir schon mal den setzen. Und außen, ah, da ist auch noch mal eine Kanone. Da ist noch mal eine Kanone. Die haben da genug zu tun. Und dann können wir den schon mal da setzen. Okay, dann nehmen wir die zwei Gifte hier mal in der Mitte. Ähm, das war jetzt ein bisschen verkalkuliert. Da fehlte doch jetzt ein bisschen der Wutsauber. Aber ich konnte mir den Loot hier echt nicht entgehen lassen. Und, ähm, deswegen habe ich den natürlich mitgenommen. Ich habe jetzt für euch die Suche auch mal übersprungen. Die muss ja nicht immer in den Folgen sein. Denn, äh, wenn wir Gegner haben, dann kann ich auf die Aufnahme drücken. Außer, wir haben ein bisschen was zu talken. Ja, was haben wir eigentlich zu talken? Kann ich euch sagen, bleibt in jedem Fall am Kanal dran. Denn es wird richtig, richtig viel Live-Action geben zum Wochenende hin. Denn wir haben das Discord-Turnier 5 gegen 5. Only Rathos 12. Und das wird richtig knackig, kann ich euch sagen. Immer ein bisschen Prep, also so ein bisschen Vorbereitungszeit. Und eine Stunde lang Kampf. Das heißt also, wir kriegen richtig viel Live-Action rein. Am 13., 14. und am 15. natürlich das Finale. Ähm, das geht dann auch etwas eher bei mir los. Denn das Finale, beziehungsweise Spiel um Platz 3, glaube ich, fängt um 21 Uhr an. Also, ich bin da ein bisschen eher online für euch. Dann könnt ihr euch schon mal sammeln. Können wir noch ein bisschen quatschen. Über das Turnier oder über was auch immer. Und, äh, dann werde ich sicherlich den Clan wechseln müssen. Oder ich bin schon mit dem zweiten Account irgendwo anders drin. Und dann sehen wir auch das Finale. Das wird so ab 22.15 Uhr circa sein. Und, äh, bleibt also am Sonntag. Also, Freitag, Samstag, Sonntag wird sehr, sehr streamlastig. Kann ich euch sagen. Ich hoffe, das, ähm, freut den einen oder anderen. Dass wir uns da ein bisschen sehen. Dass wir uns ein bisschen austauschen können. Und, dass wir vor allen Dingen Clash of Clancy sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, vor allen Dingen, gebt mir ruhig mal eine Stimme hier. Ob das ganz gut ist hier am Mobile Device. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, das könnte ich auch am S9 machen. Allerdings hat das S9 nochmal ein etwas anderes Format. Und unter YouTube, ähm, kann ich euch sagen, habe ich ja immer einen Abspann drin. Und, ähm, den Abspann kann ich in dem Format, in dem ich das mit dem S9 aufnehme, nicht konfigurieren. Und da steht immer, dass diese Auflösung oder dieses Format nicht unterstützt wird beim Abspann bei YouTube. Da muss YouTube halt ein bisschen dran arbeiten. Aber wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Liken ist immer, nee, liken und ein Like da. Und abonnieren ist hier unten in der Jäcke. Und ich würde sagen, wir sehen uns in ganz frischen Folgen. Bis dahin, euer Toto. Erschte. 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 Erschte.